Dankeschön! Pasch aus! Unverschämtheit! Oh, das ist wundervoll, zu sehen! Ausatmen Laufenden Ausatmen Laufenden Ausatmen Laufenden Ausatmen Laufenden Ausatmen Laufenden Ausatmen Laufenden Manche denken, dass die ganze Reihenfolge in favoritiven, aber das nicht. Das ist nicht wahr. So, wie wollen die Bishops? Was wollen die verschiedenen Strukturen? Ja, sie wollen eine Synodische Kirche machen. Ein Synod ist eigentlich ein Staatsgeneral, aber für die Kirche. Es ist eine politische Struktur, wo die Menschen wählen. Und dann der Bischöp hat nur eine Wahl, und dann auch der Bischöp. Der Bischöp ist nicht der Bischöp mehr. Ich hoffe, ihr wird erfolgreich sein. Vielen Dank. Wenn ihr unseren Artikel oder Manifesto in Englisch möchtet, dann haben wir das auf unserer Website. Wir möchten das besuchen. All right. Danke. Danke. Have a nice day. Okay. Was? Was haben Sie gesagt? Was? Was haben Sie gesagt? Ihr seid Hexenverbrenner, seid ihr. Drei Millionen! Drei Millionen! Drei Millionen Frauen sind als Hexen verbrannt worden! Drei Millionen! Drei Millionen! Das habe ich nicht gesagt! Nein, das habe ich nicht gesagt! Ich habe Hexenverbrenner gesagt! Drei Millionen Frauen sind als Hexen verbrannt worden! Drei Millionen Frauen sind als Hexen veltlos! Drei Millionen Frauen sind als Hexen verbrannt worden! Drei Millionen Frauen sind als Hexen ab! Aufhören! Aufhören! Ave Maria! Herr Stamm, keine左, keine左! Herr Stamm, kein hier Monsieur! Gut, dann werde ich die Polizei rufen und klären wir das. Gut, dann werden wir jetzt die Polizei rufen und das klären. Linke Zecke, linke Zecke, danke schön, Vorschuss! So, die Kamera kannst du jetzt auch aus meinem Gesicht tun. Können sie auch hören, unsere Leute hier zu belästigen? Hätt Maria abgeschrieben, werdet ihr uns erspart geblieben? Hätt Maria abgeschrieben, werdet ihr uns erspart geblieben? Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebeneidet unter dem Frauen und gebeneidet ist der Frucht deines Weibes, Jesus, der für uns der Geist entworfen ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bittet für uns unter, jetzt und in der Stunde unseres Todes ein. Oh, das ist wunderbar zu sehen, das ist wunderbar. Ja, ja. Ich komme gerade aus Confessions. Oh, sehr gut. Ich hatte diese Gnade heute Morgen, die Blessed Lady von Plaschema. Oh, nice. Weil meine Freundin Jewish became a Catholic. Oh, excellent. Und ich will sie diese Gnade. Das ist ein großartiges Gnade. Und ich habe der Matlas Medal 10x und ein kleiner Engel. Mit Gott und his blessed Mother, every can be done. Ja, ja, absolut. Ich bin Damien, das mein Name. Okay. Ich bin Delira, ich bin Delira Annex-Syra. Ja, ja, exakt. Ich bin Damien. Ich bin ganz klar. Du machst Through Through Thee Musik. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist doch unsere Katholik. Hier ist sie in den Dreck gezogen. Das ist ein Dreck. Das ist eigentlich so eine Meditation. Das ist ein Dreck. Das hat Unverschämtheit. Das ist wichtigste Gebet, zu in den Dreck zu ziehen. Die Grüße seist du, Maria, von der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist die benedetitende Frauen und die benedetitende Troste deines Leibes, Jesus, der uns bloß besitzt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.